Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Ori and the Blind Forest. So, in der letzten Folge habe ich euch ja schon angedroht, wir wollten ja eigentlich ein bisschen noch die Gegend erkunden, hier und da ein paar dunkle Flecken aufdecken und uns dann so langsam zum Ginsubaum aufmachen, aber ich habe mir gedacht, auf dem Weg zum Ginsubaum, hier ihr seht selbst, hier gibt es noch reichlich dunkle Orte und vor allen Dingen noch reichlich Erfahrungspunkte zu sammeln. Außerdem, ach ja, hier erinnert euch vielleicht, in einer der letzten Folgen habe ich ja kläglich versagt, ich will da unbedingt nochmal die Eselrunde machen, ähm, entlässt mir einfach keine Ruhe. Heißt also heute, ja, wir machen uns schnurstracks auf zum Ginsubaum und wir versuchen hier und da vielleicht nochmal ein paar Erfahrungspunkte, ein paar dunkle Flecke mitzunehmen. So, ich würde sagen, wir stoten einfach mal los, hier geht es ja leider nicht mehr weiter. Heißt also, ich würde einfach mal, ich würde, warte mal, wir würden uns, hier könnten wir uns ja gleich mal teleportieren. Wo wollen wir denn hin? Wo wollen wir denn hin? So, warte mal, hier haben wir schon alles, da unten müssen wir schwimmen, äh, beziehungsweise das Wasser sieht ja immer noch so schön giftig aus, weil Wasser sieht eigentlich nicht so aus, oder? Äh, zumindest nicht mal hier. Wir könnten eigentlich, ja, hier zum Beispiel, guck mal da, in die Waldsenke, da könnten wir hin, dann könnten wir uns da noch die Erfahrung holen oder machen wir uns hier so durch und dann, wo haben wir es doch eigentlich? Ich glaube, das klingt nach einem Plan. Ich glaube, das klingt nach einem Plan. So, und da sind wir schon. Ja, cool. So, teleportieren wir uns zur Waldsenke. Da sind wir richtig. Ach. Der Artstyle, die Musik, alles. Ach, Mensch, dieses Spiel, man könnte sich, man könnte sich immer wieder aufs Neue in das Spiel verlieben. Hallo, Naru. So. Hier müssen wir lang, aber ist ja kein Problem. Wir haben ja hier alles aufgedeckt. Da können wir ja jetzt auch mal durchgucken. Ähm, komm ich ja rauf. Äh, nee, komm ich nicht. So, wir müssen hier aufräumen. Ich würde sagen, wir könnten doch von hier drüben... Hallo. Der muss noch weg. Hier drüber. Versuchen wir es mal von der Seite. Oh. Ich hab hier noch gar nicht gesehen. So, nämlich von hier. Äh. Ich mach mal so. Ich bin faul. Hahaha. So. Hier runter, hier durch. Und dann... Bis zum nächsten Mal. So. Warte mal. Hier könnten wir lang, hier hoch, oder? Ja, genau. Hallo. Nein, nein, nein. So. Hier rauf, hier rauf. Hier waren wir... Hier haben wir schon. Hier waren wir schon. Mit unseren griffligen, langen Klebehänden waren wir hier schon. Beziehungsweise, wir haben jetzt Doppelsprung. Wir... Nee, das ist viel, viel, viel zu hoch. Das ist viel, viel zu hoch. Da kommen wir nicht hin. Da kommen wir überhaupt nicht hin. Macht das gut. Außerdem sind die Bewohner hier mal so ein bisschen, naja, so ein bisschen mekelig. Irgendwie habe ich das Gefühl, die wollen uns hier nicht haben. Ach, du grüne Leute, das hatte ich völlig vergessen. Das hatte ich völlig vergessen. So. Beziehungsweise, wie kommen wir denn da hoch, wo gerade die Pavianfrische waren? Gibt es noch sowas wie einen vertikalen Sprung? Äh, warte mal. Also, hier oben. Guck mal. Wie kommen wir denn da hin? Wie sollen wir denn da rankommen? Es gibt ja noch den Dreifachsprung. Aber, ähm, ich möchte mal bezweifeln. Ich möchte mal hart bezweifeln, dass wir da raufkommen. Gibt es hier irgendwo... Wie... Hä? Oh, okay. Okay, irgendeine Fähigkeit fehlt uns noch. Womit wir wirklich höchste Höhen überwinden können. Ich, äh, ja, wir werden mal... Wir lassen uns mal... Wir lassen uns mal überraschen. Kann man hier... Nee, das ist auch abgesperrt. So, ich schließe mal hier auf. Hier waren wir definitiv noch nicht. Es ist, ähm... Ich wünschte, ja, ich wünschte, man könnte mal... Also zumindestens rauszoomen, dass man hier eventuell mal... Ja, mal guckt, wo es... Wo... Wo man irgendwie ankommt. Das ist jetzt... Okay. Das ist jetzt ein Sprung des Vertrauens. Oh mein Gott, ich... Es wird so schlimm. Es wird so schlimm. Oh, okay. Nein, aua. Arschkrampian. Was ist denn hier los? Warte mal. Der... Oh, nee, ha, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Bin ich da nochmal schön runtergerutscht? Das muss weg. Da drüben ist ein Vorsprung. Da gibt es auch garantiert irgendwas zu holen. Genauso wie hier oben. Ah, nee, okay. Da fehlt uns auch noch was. So, warte mal. Hier drüben. Das sieht doch verdächtig aus. Oh ja, hallo. Da oben. Da oben. Oh, Leben. Da oben gibt es Leben. Ach, nee, Quatsch. Ähm... Ah, da müssen wir schwimmen können. Hier, das waren doch... Das war doch diese Tümpel mit den... Mit den Fählen, oder? Erinnere ich mich jetzt irgendwie nicht... Oh, naja, geil. So, warte. Hier einmal wieder zurück. Hier brauchen wir... Hier müssen wir noch eine Fähigkeit haben. Genauso wie hier auch. Genauso wie hier auch. Beziehungsweise müssen wir auch schwimmen können. So. Ich. Hier waren wir doch schon mal. Warte mal, warte mal. Ja, ach du Scheibengleister. Hier sind wir. Nee, es ist doch... Okay, gut. Obenrum. Hier sind wir. Hier sind wir. Ja, hallo. Hier waren wir. So, dann müssen wir eigentlich nur hier runter. Hier. Und dann haben wir es doch schon, oder? Ja, genau. Nee, 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 nee. Komm, lass mal. Lass mal deine komischen Giftstacheln für dich. Es ist mir egal. So, den kurz weggebämmst. Äh, einfach nur jetzt hier runter. Nichts leichter als das. Runter geht's bei mir immer. Runter geht's bei mir immer. Na, ist überhaupt kein Problem. So, den kurz abserviert. Hier rüber, hier runter. Und dann ist es doch schon hier. Hier ist es doch. Hier, die Eselhunde. Hier wartet sie auf uns. Ach, meine Güte. So, ich kann ja schon häufig mal festgestellt, ja. Wenn du gerade, genau gerade du hier noch bei mir über die Schulter guckst, dann ist die Hier kann man ja stehen. Wir müssen doch eigentlich nur, wir müssen doch eigentlich nur, das war super, das war super schlecht schon mal. Da habe ich den Absprung verpennt. Jetzt müssen wir extra vorsichtig sein. Jetzt müssen wir extra vorsichtig sein. So, den kurz weggebämmst. Ah, oh, die Ausgangssituation ist schon mal nicht so geil. So, den kurz weg. So, aua, was war das denn? Der letzte wieder. Nein. Oh nein. Das war irgendwie ein komischer Doppeldrücker. Ah, aber wir nähern uns an. Ich habe das Gefühl, es war so ein kleines bisschen besser. Ich versuche mir das auch gerade nur schön zu reden. So, warte mal. Kann ich nicht einfach. Kann ich nicht einfach. Wir könnten mal einfach, einfach auf die Dinger da oben, können wir einfach mal pfeifen. Genau. So, das mit dem, mit dem, mit dem, mit dem Deckenhüpfen ist mir, aua. Der letzte muss natürlich immer noch reinhauen. So, hier rüber. Nein. Oh, das ist ja heute aber auch wieder ein bisschen kompliziert. So, warte mal. Also nochmal das gleiche von vorne. Und mal ein bisschen durchatmen. Einfach mal ein bisschen durchatmen. So, jetzt geht's bestimmt gleich weiter. So. So, den kurz weg. Aua. Den, den letzten, der letzte ist immer komisch. So, warte mal. Dann. Aua. So. Und wenn man mal ein bisschen durchatmet. Und sich ein bisschen konzentriert. Und einmal in seinem Leben seinen Sabbel hält. Mann. Dann haben wir das ja auch mal hinbekommen. Oh mein. Und wir haben eine Lebenszelle dafür bekommen. Cool. Sehr schön. Und hält es auch gleich wieder voll. Jetzt müssen wir nur noch Mana irgendwie voll kriegen. Und dann ist alles schick, würde ich sagen. So. Ich würde hier definitiv mal speichern. So. Wo wollen wir denn jetzt lang? Was wollen wir machen? Ich müsste eigentlich, hier unten haben wir ja alles. Außer da. Außer, außer da im Giftsumpf. Da haben wir hier eigentlich alles. Also nicht nur eigentlich. Wir haben hier alles. Hier oben. Da oben ist noch irgendwie was. Da oben müsste ich mal gucken. Eventuell könnten wir jetzt ja mit Doppelsprung. Haben wir jetzt ja die Möglichkeit. Und könnten uns vielleicht nochmal irgendwie da den, den Schätzchen. Uh. Den Schätzchen da nochmal irgendwie habhaft werden. Oh. Das war das hier. Okay. Na komm. Na komm. Na komm. Es ist doch. So geht's. Sehr schön. Die wollte irgendwie nicht. Wir müssen hier lang. Okay. So. Hier könnten wir nochmal. Schwump. Und hier könnten wir. Oh. Ja genau. Wir könnten hier nochmal abspeichern. Und könnten uns nochmal voll machen. So. Ausgezeichnet. Den kurz mal weg. Okay. So. Herr Blasius. Und dann sind wir hier schon. Und schon wieder das gleiche. Ich hab keine Ahnung. Da drüben ist eine fette Wand aus Stacheln. Also wir werden definitiv Schaden bekommen. Ich hab aber keinen Blas und Schimmer, wo wir da letztendlich ankommen. Ich hüpfe mal rein. Äh. Verdammt. Fast. Beinahe hätte es geklappt. Aber wir haben einen Fähigkeit. Punkt erhalten. Cool. So. Zurück geht immer viel, viel einfacher. Wo wollen wir denn jetzt lang? Oh. Da oben. Oh. Ist ja hier voll der Run heute. Oh. Guten Tag. Hätte ich fast vergessen. So. Die schnell weg. So. Äh. Da oben. Da kommen wir doch jetzt wohl ran. Jep. Sehr schön. So. Und dann. Hier nach unten. Ich geh mal hier nach unten. Warte mal. Wir könnten ja immer hier speichern. Ich bin Freund von Speichern. Äh. Spinne ist weg. Aua. Mist. Na komm. So. Den schnell abgefrühstückt. Hier rüber. So. Hier sind so. Komm mal. Komm mal. Komm mal ran hier. Ja genau. Aha. Okay. Okay. Was. Äh. Hatte grüne Leine. Wie. So. Sehr schön. Eine Kiste. Nur für uns. Eine Kiste. Nur für uns. Au. Das war. Naja. Semi. Das war Semi. Aber wir sind ja. Wir sind ja ganz gut durchgekommen. So. Hallo. Herr Frau Blasus. Ich kann dich jetzt leider nicht mehr. Nicht mehr gebrauchen. Ich kann dich jetzt nur noch für deine Erfahrungspunkte ausquetschen. Na tolle Wurst. Schon wieder eine Sackgasse. Wir brauchen. Wir brauchen. Wir müssen irgendwas. Irgendein. Irgendein Klopfer. Irgendein Stampfer. Irgendein. Keine Ahnung. Irgendeine Explosion. Und da drüben. Da drüben ist auch das Wasser schon wieder verseucht. Hier diese bedrohlichen dunklen Schwaden. Ich glaube. Ich glaube wenn wir. Wenn wir beim Ginso Baum waren. Dann müsste uns das Wasser eigentlich zur Verfügung stehen. Genauso wie. Große Frage. Oh. Frau Spinne ist wieder da. Oh. Die hätten wir auch benutzen können. Die hätten wir vielleicht auch benutzen können. Ähm. Wie kommen wir da oben ran? Wie soll das funktionieren? Wie soll denn das funktionieren? Kein. Kein blassen Schimmer. Kein blassen Schimmer. Vielleicht kommen wir. Aber wie soll man denn da von oben kommen? Also es fehlt irgendwie noch eine Fähigkeit. Ein Supersprung. Es fehlt noch ein Supersprung. So. Wie. 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 Wie machen wir jetzt? Wie. Wie. Wie machen wir jetzt? Wie. Ich. Das kann. Ich kann das den ganzen Tag. Aua. So. Naja. So halbwegs. Wuppi. So. Den schnell abgefrühstückt. Und hier rüber sollte eigentlich kein Problem sein. Ja genau. So. Da müssen wir nur aufpassen, dass man hier nicht runterfällt. So. Aua. Aua. Mein Mann, 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 Mann. Hier ist was los. So. Ähm. Ach ja. Hier waren ja die Laser. Müssen wir hier lang? Möchte ich hier lang? Da waren die fetten Laser. Da oben ist noch mehr. Aber da ist es hier. Da. Da ist noch so ein dunkler Bereich. Hier hätten wir auch noch die Möglichkeit. Und die Kiste. Die hätten wir ja auch noch. Jetzt durch die Laser durch. Ach. Und da ist ja dieses. Oh nee. Da ist ja dieses Riesenareal mit diesen. Mit diesen. Spuckeegeln. Die aus dem. Aus dem Boden herausschnellen. Da müssen wir denn auch wieder durchwurscheln. Boah. Boah. Mh. Ah. Mh. Ach. Mh. Ja. Ich weiß. Mh. Ach. Ja. Äh. Äh. Vielleicht. Vielleicht tun wir auch mal anders. Wir tun mal anders. Wir tun mal anders. Ich habe meine Meinung geändert bekommen. Oh. Gute Nacht. So. Genau. Wir könnten uns nämlich einmal teleportieren. Und direkt zum Dornensumpf. Oder? Wir müssen noch zum Dornensumpf. Da ist der Ginsubaum. Ich spring da einfach mal hin. Ich spring da einfach mal hin. Dann machen wir eine schöne Speicherung. Dann laden wir uns mal wieder auf. Oh ja. So. Einmal gespeichert. Ah. Das ist so schön. Das ist so unglaublich schön. So. Warte. Ähm. Kann ich hier? Kann ich hier? Wenn ich hier mache. Ja. Ich kann. So. Ähm. Ich habe mir überlegt. Ja. In meiner geistigen Umnachtung. Energieeffizienz. Ist geil. Fähigkeitmarkierung. Oh. Oh. Das ist aber richtig schön. Gibt es sowas wie Verteidigung? Lebensmarkierung? Ach. Hier sind die Fähigkeiten. Hier sind das Leben. Hier ist Energie. Energieeffizienz. Gespür. Ah. Wie versteckte. Wie versteckte Bereiche. Gibt es noch irgendwas Verteidigungsartiges? Ultralichtstrahl. Zünderflamme. Hier ist wirklich nur Angriff. Oder? Kann es sein? Ja. Wenn wir hier. Oh. Turbosprint. Oh. Und Wasseratmung. Oh. Ich hätte gerne Wasseratmung. Aber vor allen Dingen. Und worauf ich eigentlich hinaus wollte. Dreifachsprung. Ich will unbedingt den Dreifachsprung. Er fordert drei Fähigkeitenpunkte. Zwei. Fünf. Sieben. Neun Punkte. Wir brauchen neun Punkte. Wenn ich da unten auf diese armselige alleinstehende Eins. Oh Gott. Oh Gott. Ja. Wenn ich da drauf schaue, dann wird mir gerade ein bisschen anders. So. Okay. Gut. Aber der Plan steht. Ich möchte. Ich möchte. Ich möchte. Und wir werden so drei versprungen. Das gleicht. Das gleicht wahrscheinlich mein Unvermögen. Mein Unvermögen. Und natürlich werden wir da an Dinge herankommen, an die wir sonst nicht herankommen würden. Da sind wir am Ginsobaum. So. Ich werde mal die Wasserader einfügen. Beziehungsweise da hinten. Da hinten wäre noch ein bisschen. Da hinten wäre noch ein bisschen. Könnten. Wir könnten ja mal. Wir könnten. Ich werde mal. Ich werde mal. Jetzt wo wir gerade da sind. Oh. Upa. Werd ich gar nicht mehr erwartet. So. Ein Stachelspeck. Die heißen bestimmt so. So. Wenn du zur Ori-Wiki gehst. Gibt's bestimmt. Ähm. Heißen die Stachelspeck. Die heißen Stachelspeck. Ähm. Ähm. Wir zoomen hier extrem raus. Auf diese Laterne. Ne. Da ist so ein Pfeiler. Da kommen wir gar nicht durch. Na gut. Na gut. Ähm. Wir haben ein paar Lebens. Äh. Wir haben ein paar Erfahrungspunkte. Und wir haben überhaupt auch Erfahrung gesammelt. Nun gut. Ich füge mal ein. Und wir öffnen. Den Ginso-Bäum. Und dann hinein. Ins Abenteuer. Ach du Scheibenkleister. In den Ginso-Bäum. Das Wasser von Nibel floss einst durch eben diesen Baum. Jetzt ist er verdorrt und von innen vertrocknet. Wir müssen den Fluss wiederherstellen und das Herz des Ginso-Baums finden. Okay Licht. Ja. Nichts leichter als das. So. Wir konnten hier verlassen. Da hätte ich echt überhaupt keine. Da hätte ich nichts dagegen. So. Erstmal die. Erstmal die Apparatschicks hier. Ne. Da komme ich nicht ran. Komme ich da ran? Warte mal. Nö. Komme ich nicht ran. Aber wir haben alle möglichen Tore. Da komme ich jetzt hier auf der Seite raus. Oh ja. So. Warte mal. Ähm. Hier drauf. Schöne Punkt Landung. Ich. Ähm. Machen wir so. So. Bevor wir hier noch irgendwie in die Dornenstacheln reinfliegen. Oder uns hier noch irgendwie mit dem Stachelschleim irgendwie anlegen. Machen wir es doch einfach so. Äh. Hier durch. Kommen wir hier raus. Okay. Sehr schön. Dann könnten wir doch hier drauf. Äh. Ne. Verdammt. So. Immer diese Punkt Landung. Wuppi. 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 Wir könnten speichern. Wir speichern einfach. Wenn uns das Spiel schon so anbietet. Nicht wahr? Dann machen wir doch einfach so. So. Hier gibt es noch ein bisschen Hells. Das können wir auch gut gebrauchen. Hallo. Du bist neu. Wie bist du denn? Kann ich dich, ähm, liebhaben? Ich kann dich nicht liebhaben. Äh. Eine Million Portale. Ich glaube mal. Die kann man nicht. Die kann man nicht schnetzeln. Äh. Hier gibt es eine Million Portale. Ach du Scheibengleister. Wo kommen wir jetzt raus? Wir kommen hier raus. Okay. Darüber. Darauf. Und dann ist, ähm, große Portalwahl. Oder wie? Können wir uns einfach, können wir uns einfach aussuchen, wo wir hin möchten? Ja, aber wer die Qual hat. Ich. Ich nehme das hier oben. Oh Gott, oh Gott. Alter Schwede. Okay, gut. Das hat hingehauen. Wir müssen, ich glaube immer nur hoch, oder? Der Baum, der Baum möchte, dass wir, äh, dass wir hochgehen. Da drüben. Warte mal. Warte, warte, warte. Ich mache mal eine kurze Speicherung. Habe ich dich doch gesehen. Hallo. Sehr schön. Vielen Dank. Geht's noch weiter? Nö. Da oben ist ein fetter Riesenkristall. Den werden wir uns holen. Äh. Ich mache mal noch eine Speicherung. Ah, neun Punkte. Ich mache mal noch eine kurze Speicherung. Wir laden uns kurz mal auf. Äh. Okay. Jetzt müssen wir mit Springen machen. Äh, was zum Teufel? Äh, was? Nein. Aua. Den können wir vernichten. Hier auch. Alter Schwede. So läuft das Spielchen. Ja, also. Oh, nee. Na, da bin ich ja. Was ist das? Na ja. Ihr seid ja elend von mir gewohnt, wahr? Es ist ja nichts Neues. Es ist ja nichts Neues. Aua. So, hier rauf. Ich mache... Ich habe kein Blas und Schimmer, wo es da lang geht. Wir haben... Ich mache mal eine Speicherung. Aua. Nein. Aua, aua, aua. So. Wir könnten... Hier ist ein Portal. Da ist ein Portal. Wir haben da unten gespeichert. Wir können ja auch jederzeit wieder zurück, oder? Wir können doch bestimmt wieder zurück. Ähm. Ah, okay. Okay. Wir haben alles aufgedeckt. Wir haben alles aufgedeckt. Also wahrscheinlich erst mal da lang. Wahrscheinlich erst mal... Wahrscheinlich erst mal da lang und dann hier durch. Das ist zu verführerisch. Da kann man ganz schnell durch. Und das da drüben kann man einfach mal so abtun. Wahrscheinlich schon. Ich klebte an der Wand und ich kam nicht weg. Ach, nun gut. Hallo. Guten Tag. Bin neu hier. Ich habe sie noch nie zuvor im Leben gesehen. Und wenn ich klug bin, dann schneide ich das einfach raus. Wie es mir davor gegangen ist. So, warte. Wir machen einfach so. Ich... Ich pfeife mal auf den Sprint. Wir machen mal einen so. Und dann? Wo kommen wir raus? Wo sind wir? Ach, hier sind wir. Ich habe den... Oh. Ich habe den fetten Riesenklops. Ah, okay. Und wir haben sogar so eine kleine... Naja, nettere Wegführung hier. Cool. Nimm ich mir. Schnapp ich mir. Machen wir. Oh, hoppala. Nee, das war doof. Warte. Ich sitze so komisch, komisch hier. Au. So, machen wir einen auf diesen. Naja, netterer Weg war es jetzt auch nicht, oder? Also jetzt jedenfalls nicht so richtig. Und dann kommen wir da raus. Sehr schön. Ach, sie sind es wieder. So, sehr schön. Aber dann haben wir hier alles abgefrühstückt. Ich mache hier mal eine Speicherung. Nicht, dass wir da drüben wieder ins... Naja, in den stacheligen Tod springen. So, warte mal. Hier durch. Oh Gott, oh Gott. Es wird... Oh Gott, es wird so schlimm. Oh nein. Oh nein. So. Oh mein Gott. So, ja, es ist schön. Gut, ja. Wohl mal, wir jetzt auch rauskommen werden. Ich werde schreien und kreischen. Oh, wir kommen hier raus. Oh, wir kommen hier raus. Oh nein. Er hat ja irgendwie hingehauen. Wo sind... Wo sind wir denn? Ach, hier. Ach, du Scheibenkleister. Okay. Okay. Ich habe... Ich... Ähm, okay. So, da oben ist wieder so ein Prisma. Da ganz oben links ist auch ein Prisma. Aha. Ich springe einfach mal hier durch und ich hoffe, wir kommen in der Mitte raus. Ja. Ah, warte mal. Ah. Das... Ach, das habe ich hier noch gar nicht gesehen. Das Portal würde heller, wenn wir da stehen und zeigt uns das Ausgangsportal an. Sehr schön. Cool. Ich schmeiße dich mal hier runter. So, warte mal. Ja, das funktioniert. Ausgezeichnet. Jetzt fliegt... Und welches Portal nimmt er jetzt? Dieses Portal nimmt er jetzt? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist doch... Oh mein Gott. So, heißt also... Ach nee, hätte ich ja gar nicht machen müssen. Ich bin doof. Ein bisschen doof. Aber nur ein bisschen. Nee, das funktioniert so nicht. Ich müsste also so... Warte mal. Nee, warte, 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 warte. Ich... Ha. Hm, ha. Wie komme ich denn da rauf? Von hier? Von hier? Okay, gut. So, das hier runter. Sehr schön. Der ist durchgeflogen. Ich muss mir keine Sorgen machen. Warte mal. Der zerschellt da dran. Okay. Ich schiebe dich einfach mal. Hui. So, ich schiebe dich einfach mal hier durch. So, sehr schön. Wir müssen hier runter. Und Sesam, öffne dich. Sehr schön. Und dann kommen wir da oben raus. Ausgezeichnet. So, hier können wir nochmal auftanken. Speichern. Und dann holen wir uns hier nochmal ein paar. Das Spiel ist aber wirklich sehr großzügig. Das Spiel ist sonst nicht so großzügig. Da drüben ist eine verschlossene Tür. Das sieht ein bisschen aus wie eine Arena. Jo, nur denn. Tür geht zu. Sehr schön. Oh mein Gott. So. Na, dann schauen wir mal. Ach. Guten Tag, Herr Blasius. Au. Was zum Teufel. Kleine Mistkrampe. Die kleine Mistkrampe. Das ist doch wohl nicht die Möglichkeit. So, warte mal. Aber wir müssen einfach nur, immer nur mit der Ruhe. Na, komm. Und jetzt da oben raus. Sehr schön. Und einmal abgefrühstückt essen. Es ging. Es war okay. Es war okay. So. Da drüben geht es wieder auf. Ich würde sagen, ich werde hier nicht abspeichern. Ich werde hier definitiv nicht abspeichern. So. Wir machen uns mal durch hier. Wir könnten, wir könnten, wir könnten, wir könnten nicht hier definitiv abspeichern. Oh ja. So, warte mal. Einmal hier. Dann kommen wir da unten durch. Und dann müssen wir einfach nur nach rechts. Au. Das war jetzt nicht der Plan. So, definitiv. Ach, du Scheibenkleister. Ähm. Okay. Wir müssen Schlüsselsteine sammeln. Äh. Ich. Ähm. Wie komme ich denn an den rechten ran? Wie komme ich denn? Wir probieren es einfach mal aus. Nein. Nein. Au. Verdammt. Ach, das ist doch. Nee. Jetzt traue ich mich nicht mehr. Au. Verdammt. Ah. Zu oft dran hängen geblieben. Leider, leider, leider. Ähm. Einfach mal hier rüber. Hier drauf. Äh. Wir müssen nicht abspeichern. Speichern. Aber ich könnte mir ja mal. Ich könnte mehr holen. Nein. Ja. Nein. Oh Gott, oh Gott. Ähm. Hier lang. Ach, du Scheibenkleister. Ich werde mal speichern. Zur Abwechslung. Ich glaube, das, äh, das kommt gut. Ähm. Da oben. Wenn ich hier reinspringe. Hier unten reinspringe. Komm ich da oben raus. Also der Sprung hier ist ja richtig ekelig. Ja. Ausgezeichnet. So. Nächstes Areal. Äh. Wo sind wir? Ach, hier. Okay, okay, okay. Oh, nee. Nicht schuldig. Oh Gott, oh Gott. Oh, oh. Das ist doch nicht die Möglichkeit. So. Warte, warte, warte. Ich hole mir mal. Wir können da oben rein. Das schaffen wir so aber nicht. Heißt also. Wie komme ich denn an den anderen? Wie komme ich denn da an den linken Schlüsselstein ran? Ich, ähm. Aua. Ach. Ach, so komme ich da ran. Wo bin ich? Ach, hier bin ich. Und dann komme ich da oben wieder raus? Ich komme da oben wieder raus. Oh mein Gott. Was ist das? So. Ich werde mal abspeichern. Heilige. So. Oh, das fängt ja schon gut an im Ginsobaum. Ich, ähm. Ich mache mir schon. Ich mache mir schon so ein bisschen Sorgen. Ich mache mir schon ein bisschen Sorgen, ob wir denn hier überhaupt durchkommen. Äh. Wenn das hier so der Einstieg ist, ja. Hm. Der Ginsobaum war groß. Wenn man nun mal so auf die Karte geguckt hat. Wir haben, wir haben schon ein paar Stockwerke. Ich glaube, wir haben, wir sind ja auch wirklich wie ein Staubsauger durchgegangen, oder? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Es sieht ganz gut aus. Es sieht wirklich ganz gut aus. Ich glaube mal, auch mit Blick auf die Uhr, in der nächsten Folge, werden wir uns mal weiterhin den Gefahren des Ginsobaums stellen. Ja, und wir werden sehen, wie gut wir durchkommen. Bis dahin, habt noch eine wunderbare Zeit. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.